Meine Süßen, ich habe euch so vermisst. Oh mein Gott, ich bin zurück in Berlin. Ich habe jetzt seit 2-3 Wochen oder so nicht mehr gevloggt. But here we are again. Ich bin alleine zu Hause. Das gibt mir einfach Seelenfrieden. I don't know, braucht eine eigene Wohnung. Aber wie soll man sich das in Berlin leisten? Naja, ich habe ein bisschen eingekauft. Ich zeige euch mal meinen Einkauf. Dinkelbrötchen. Dann habe ich diese 3 Käse-Donuts bei Lidl entdeckt. Fand ich irgendwie ganz süß. Wollte ich probieren. Pizza-Donuts, meine ich. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, sind das Bagels? Vielleicht einfach. Whatever. Dann habe ich ein paar Sachen eingekauft, weil ich Bulgursalat machen möchte. Weil ich habe nur noch so alten Bulgur, den ich irgendwie nie verwendet habe. Den werde ich kochen. Die Petersilie. Paprika. Gurke und Tomate. Leute, dieser englische Cheddar. Den habe ich bei meinen Eltern gekauft. Und der schmeckt so lecker. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber englischer Cheddar. Es gibt halt zwei verschiedene Sorten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den bei meinen Eltern gegessen habe oder den anderen. Naja. Wird schon lecker sein. Dann habe ich noch Eiber gekauft. Auch für Bulgur. Aber kann man auch sonst immer ganz gut für alle möglichen Sachen verwenden. Meine Haferbarista-Milch. Ich vergesse halt auch immer, welche ich am liebsten mag. Ich kaufe immer wieder verschiedene Sorten und bin so, ah ja. Und dann vergesse ich es. Und dann kaufe ich jedes Mal wieder eine andere Milch. Als letztes habe ich noch eine Zimtschnecke entdeckt. Ich probiere die einfach mal fix mit euch. Die sieht irgendwie aus wie die von Bio Company. Bisschen trocken, aber man muss auch sagen, ich war jetzt so eine halbe Stunde vor Ladenschluss da. Kann man auch nicht viel mehr erwarten. Aber kann man machen. Ignoriert die dreckige Scheibe einfach mal. So, meine Süßen. Uh, jetzt gibt es Michael Jackson. Oder so. Ich habe eigentlich Bulgur-Salat angefangen zu machen. Aber der dauert jetzt irgendwie voll lange. Und ich habe den auch irgendwie ein bisschen aus Versehen verkocht. Und also den Bulgur und so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Jetzt habe ich den in den Kühlschrank gestellt. Den muss ich jetzt erstmal abkühlen. Und ich glaube, ich schaffe es heute nicht mehr, den zu essen. Das dauert mir alles zu lang. Deswegen meine Pizza-Donuts. Eigentlich voll unnötig. Weil im Endeffekt sind das irgendwie, das ist einfach Pizza. Kein Piccolini, aber auch keine Pizza, sondern irgendwas dazwischen. Ich verstehe die Bezeichnung Pizza-Donut halt nicht so ganz. Warum nicht Pizza-Bagel? Ist zu heiß. Ich will es aber probieren. Ich kann es nicht probieren. Es ist zu heiß. Ist okay. Schmeckt ganz lecker, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es aufs Blech gemacht habe. Aber es ist halt unten voll hart geworden. Aber es ist oben noch richtig weich. Wisst ihr, was ich meine? Der Boden ist halt richtig knusprig. Ja, ist okay. Würde ich es nicht nochmal kaufen, aber drei Käse ist auf jeden Fall besser als vier Käse. Vier Käse stinkt so. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe so ein Talent. Ich wache einfach jeden Tag um 9.30 Uhr auf. Und ich habe mir heute einen Wecker gestellt um 9.30 Uhr. Weil ich mir so dachte nicht, dass ich heute nicht um 9.30 Uhr aufwache. Aber ich bin aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut. Und es war 9.28 Uhr. Und ich verstehe das nicht. Das Ding ist, ich war bei meinen Eltern eine Woche lang und ich bin um verschiedene Zeiten schlafen gegangen und trotzdem jeden Tag um 9.30 Uhr aufgewacht. Also ich wache manchmal sogar am genau Punkt 9.30 Uhr auf, manchmal 28, manchmal 33. Aber so exakt immer um 9.30 Uhr. Wisst ihr? Nicht um 29, nicht um 9.15 Uhr, sondern um 9.28 Uhr. Oder wie gesagt, um 33. Ich habe eine neue Zahnbürste rausgekramt, weil ich habe meine bei Lisa vergessen und ich war so, ey, egal, ich habe eh noch eine. Leute, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das auf Kamera sieht, das ist halt so rosa eigentlich, mehr als das Gold ist, also so rosa Perlmutt. Wie schön kann eine Zahnbürste sein? Aber jetzt muss ich so einen blöden Aufsatz drauf machen, der gar nicht so schön ist. Wie passt die da? Doch, die passt drauf. Mein Plan war heute, mich fertig zu machen, damit ich endlich mal fertig gemacht beim Nagelstudio sitze. Aber warum brauche ich denn für alles immer so lange? Was habe ich denn für eine lange Morgenroutine, dass ich jetzt wieder nicht schaffe? Ich habe meinen Tee nicht geschafft auszutrinken. Ich habe nicht geschafft, meine Zähne zu putzen und meine Schiene wieder einzusetzen. Ich muss jetzt ohne meine Schiene los, weil ich noch ganz viel Essen im Mund habe. Wie soll ich jetzt Zähne putzen? Muss ich das später machen. Aber ich habe auf jeden Fall Zeit, diese Aufnahme zu machen. Okay, ich habe es geschafft. Gummi sitzt dran. Ich habe es irgendwie gesagt und dann habe ich mich geschämt. Deswegen habe ich schnell meine Schiene eingesetzt. So Leute, frisch aus dem Nagelstudio raus. Frische Nägel. Eigentlich wollte ich sie, glaube ich, dieses Mal sogar kürzer machen. Aber irgendwie hat er mich so halb überredet, die so lang zu machen. Er hat einfach nichts kürzer gemacht. Ich war so, ja eigentlich ein bisschen kürzer. Hat er so ein bisschen abgefeilt. Ich so, eigentlich ein bisschen kürzer hat er so ein bisschen abgefeilt. Aber die sehen geil aus. Ich liebe einfach Long Nails with the White Tips. Hier ist mein Nagelstudio. So, meine Süßen, wir sind zu Hause. Warum habe ich diese Frise? Ich habe gestern so eine Haarmaske benutzt. Und ich benutze nie eine Haarmaske. Und irgendwie sind die so weich, aber gleichzeitig auch nicht weich. Ich weiß nicht, was es ist. Aber auf jeden Fall, ich dachte irgendwie, meine Haare sehen okay aus. Never mind. Ich bin auf jeden Fall mit offenen Haaren heute rumgelaufen, ohne die zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Und das mache ich nie. Naja, auf jeden Fall ist der Himmel blau, die Sonne scheint. Und ich habe frische Nägel, ich habe euch die schon gezeigt. Das Ding ist, am Anfang, als ich mich da hingesetzt habe. Also ich gehe ja immer zu Angel Nails. Und ich glaube, ich sitze jedes Mal bei wem anders, wer mir die Nägel macht. Wisst ihr? Also ich glaube, ich war zweimal bei der gleichen Person. Und sonst bin ich immer bei wem anders. Weil ich weiß gar nicht, ob man denen sagen kann. So, hey, ich möchte zu der gleichen Person. Whatever. Auf jeden Fall war ich so, ah ja, jemand anders heute. Der hat erstmal richtig grob so meine Nägel abgefeilt. Ich hatte hier einen, der abgebrochen ist. Also wo ich so dran gekommen bin, der so umgeknickt ist. Wisst ihr? Der war halt unten so schon gelöst. Und ich hatte noch irgendwas. Irgendein Nagel hat noch weh. Achso, ich habe hier so eine Macke. Ich weiß nicht warum. Jedes Mal, wenn ich koche, schneide ich mich immer selbst. Und ich habe dann immer irgendwelche offenen Dinger. Und er ist da so die ganze Zeit drüber. Also er hat immer so meinen Finger so festgehalten. Und das tat so weh. Ich war so, er reißt mir meine Wunde auf. Naja, auf jeden Fall hat er so richtig grob halt, wie gesagt, die Nägel so abgefeilt. Und kennt ihr, wenn der Nagel dann auch immer zu heiß wird. Letztes Mal, als ich da war, hatte ich einen, der hat die immer gefeilt. Und dann hat er so kurz das so festgehalten. Wenn es zu warm wurde, wisst ihr? Also er ist drüber gegangen und dann hat er das so. Da war ich so, oh Schatz, ich liebe dich. Ich möchte für immer, immer meine Nägel bei dir gemacht bekommen. Naja, das war auf jeden Fall viel zu heiß. Ich war so, ah. Einmal habe ich auch so kurz meinen Finger so weggezogen. Nur so ganz ein bisschen mit so Anzeichen, bis ich so zu warm. Ach so, ja. Und dann war ich schon so, oh, ich habe irgendwie Angst, dass der meine Nägel nicht gut macht. Dann zwischendrin habe ich irgendwann auf meine Nägel geguckt. Und ich war so, ich habe die so von der Seite angeguckt. Und ich war so, Alter, die sind viel zu dick. Da habe ich schon Panik bekommen. Ich war so, nein, jetzt muss ich mit so hässlichen Nägeln hier raus. Aber im Endeffekt sind die wieder perfekt, wie immer. Ich weiß nicht. Also so Form- und Pfeilen-mäßig haben die bei mir noch nie reingekackt. Das Einzige, wo ich manchmal nicht so zufrieden bin, ist mit Farbe. Aber das liegt dann meistens an mir, weil ich halt irgendwie mit irgendeiner Idee dahin komme, irgendeinen Screenshot gemacht habe und die das entweder nicht haben oder nicht wissen, wie die das machen. Oder einfach meistens, also wenn es mir nicht gefällt, dann liegt es an mir. Niemals an denen. Weil die Nägel, also sorry, aber das ist doch die perfekte Almond-Shape auch für meine Hände. Und wie gesagt, ich wollte die eigentlich ein bisschen kürzer, aber der hat einmal nicht kürzer gemacht. Und da war ich so, ah, egal, es ist eh schöner, wenn die so schön lang sind. Das sind die Long Nails with the White Tapes. Bist du frech, wird der Mann zu meinem Sepp-Chick. Ja, jetzt habe ich mir gerade Bulgursalat gemacht. Ich zeige es euch mal kurz. Leute, mein Leben ist schöner, wenn ich alleine wohne. Ich muss alleine wohnen. Auf jeden Fall. Leute, das ist so eine Riesenportion. Wie soll ich das essen? Hä? Also, ich muss jetzt jeden Tag, morgens, mittags, abends, Kuskus, nicht Kuskus, das ist Bulgursalat. Bulgursalat essen, weil sonst wird das noch niemals leer. Mein Gott, das schmeckt so lecker. Was meint ihr? Geil, ich mache mir damit jetzt eine Portion, eine kleine, wo ich so frisch Tomate-Burke reinmache, weil ich will das nicht da reinmischen, weil dann wird es irgendwie gammelig. Dann wird der Salat so weich. Und das will ich nicht. Das Ding ist, ich bin nicht der größte Petersilie-Fan. Ich hätte eigentlich am liebsten Koriander hier reingemacht, aber es gab kein Koriander bei Lidl. Deswegen musste ich Petersilie holen. Das Ding ist, ich kann es essen, aber gleichzeitig ist mit dieser Petersilien-Geschmack ein bisschen Dorn im Auge. Ja, aber Rest schmeckt geil. Ich kann mich nicht beschweren, es ist geil geworden. Ich habe ein Rezept genommen von Bianca Zabatka, meine vegane Queen. Aber ich bin so ein Mensch, ich mache ein Rezept und dann mache ich am Ende doch irgendwie, wie ich möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das nur so als grober Richtwert genommen. Lecker, Mädels. Lecker, lecker. Ich habe nochmal meine Nägel ein bisschen unter die Lupe genommen. Und die sind doch ein bisschen dick. Ich hatte die Sorge und sie sind es auch. Aber das ist okay. Warum kriegen das Nagelstudios das nicht dauerhaft hin, dass die Nägel nicht so dick sind? Das ergibt doch gar keinen Sinn, so dicke Nägel zu haben. Das ist wie Wasser. Wasser mit Zucker. Lecker, Kisiel. Lecker, Kisiel. So, Nilsa, ab nach Hause. Ja, ich versuche es noch rauszuzögern. Schade Schokolade. Ich habe einfach keinen Bock. Aber ich bin echt arschmüde. Ich langsam auch. Ich glaube, ich werde jetzt auch einfach so weg. Das ist immer bei dir so. Weckratzen. Und blau raus weg. Das stimmt gar nicht. So gelogen. Manchmal wühlst du auch rum wie ein Wurm. Filmst du mich? Wie ärgerlich. Du musst anders wählen. Das ist für meinen Vlog. Macherin. Alter, du bist so eine. Macherin einfach. Solaplexus. Was? Solaplexus? Was ist das? Weiß ich. Ich muss mal kurz Lichter machen. Das ist einfach viel zu dunkel. Okay. Ich habe euch erzählt, dass ich ein Talent habe, die ganze Zeit um 9.30 Uhr aufzuwachen. Aber irgendwie habe ich das nicht mehr. Gestern bin ich so um 7.00 Uhr aufgewacht. Da dachte ich mir so, hackt's. Als ob ich jetzt um 7.00 Uhr aufstehe. Und da habe ich irgendwie aus Versehen bis 10.00 Uhr oder so geschlafen. Und heute bin ich so gegen 9.00 Uhr aufgewacht. Also irgendwie ist die 9.30 Uhr Phase vorbei. Ja, aber heute ist der 30. Dezember. Ein Tag vor Silvester. Und Silvester ist halt auch ein Sonntag. Das heißt, ich muss heute alles einkaufen und vorbereiten für morgen. Sammy und Anora kommen hierher. Und wir werden halt was kochen. Ich mache schon wieder die veganen Gänsekeulen. Aber die sind einfach so gut. Leute, ich habe euch zwar an Weihnachten nicht mitgenommen. Aber ich habe die an Weihnachten wieder gemacht. Und die sind so lecker. Ich habe die einmal mit Nico und Moritz gemacht. Da war ich so an Weihnachten. Ey, ich muss die jetzt nochmal machen. Und jetzt wollen wir die morgen nochmal machen. Weil Sammy und Anora haben die noch nicht probiert. Dann wollen wir auch unsere Vision Boards für 2024 machen. Und dafür muss ich auch noch meine Sachen ausdrucken und so weiter. Weil ich habe ja keinen Drucker. Das heißt, ich muss es irgendwo ausdrucken. Ein paar Sachen muss ich noch machen. Oh, was ist denn da? Und ich habe gestern mit Ilona ein Video gefilmt. Das werde ich jetzt gleich schneiden und hochladen. Aber gerade kann ich noch nicht. Gerade bin ich noch so ein bisschen so. Aber ich weiß, heute ist was zu tun. Ich chill hier bestimmt schon so seit 10 Minuten. Und gehe einfach nicht los. In Jacke. Kein Bock los zu gehen. Aber ich muss, weil morgen sind die Läden zu. Ich muss heute. Ich muss es heute machen. Kein Bock. Kein Bock. Gar kein Bock. Meine süßen Freunde, wir haben einfach den letzten Tag des Jahres. Das war's. Ich bin gerade aus dem Gym zurückgekommen. Weil ich habe zwei Gym-Stories gesehen. Und ich war so, okay, ich muss jetzt halt gehen. Dann habe ich kurz geguckt. Mein Gym hatte sogar noch offen. Weil heute wegen Silvester machen die halt früher schon alle zu. Und dann bin ich ganz fix gegangen. War jetzt so anderthalb Stunden im Gym. Und ich bin so froh, dass ich gegangen bin. So einfach kann es sein. Man muss manchmal einfach Storys von anderen sehen. Deswegen sage ich, Instagram ist nicht nur böse. So, ich wollte die ganzen letzten Tage gehen. Habe mir immer Ausreden überlegt. Und heute bin ich einfach gegangen und jetzt geht es mir gut. Es geht mir nicht gut, aber es geht mir auf jeden Fall besser, wisst ihr. Gestern ging es mir irgendwie so komisch. Ich weiß nicht, was los war. Ich dachte kurz so, oh Gott, wenn ich jetzt krank werde, gar kein Bock. Aber ich bin aufgewacht. Mir geht es gut. Ich war so richtig schlapp und so stundenlang hatte ich so richtig so Kreislauf, Kopfschmerz. Und ich war so, oh, was ist das denn jetzt für eine Scheiße. Aber it's all gone. Deswegen, keine Sorge. Ja, und jetzt, was sind erstmal die Pläne? Ich muss mich auf jeden Fall erstmal ausziehen, weil ich kriege hier gerade Schweißkollaps. Jetzt werde ich auf jeden Fall komplett mein Zimmer sauber machen. Also wirklich von oben bis unten plus die ganze Wohnung werde ich auch sauber machen, weil ich bin die ganze Zeit alleine. Ich liebe es alleine zu sein. Ich habe es, glaube ich, schon in diesem Vlog erwähnt. Es ist so, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist, es beflügelt mich. Also das gibt mir einfach so viel Freiheit und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann jetzt erst so richtig atmen und leben. Sobald jemand da ist, bin ich eingeschränkt. Ja, also wenn jemand irgendwie in Berlin eine Wohnung hat, die ich mir leisten kann, also am besten so günstig wie möglich. Ein Zimmer reicht mir schon. Ich würde auch eine Einzimmerwohnung nehmen. Ich hätte halt natürlich am liebsten zwei, aber ein Zimmer werde ich überleben. Wenn ich ein Zimmer in der WG überlebt habe, werde ich auch ein Zimmer alleine überleben. Zwei Zimmer wäre natürlich besser, aber mit welchem Geld? Deswegen, sagt mir gerne Bescheid, falls ihr wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Oder so, ich möchte so gerne alleine wohnen. Das Ding ist ja auch, ich bin ja ein Krebs, ne? Ich liebe es, Sachen auf mein Sternzeichen zu schieben. Aber bei Krebs ist es halt so, dieses Ding von zu Hause sein ist dem Krebs so wichtig. Und ich glaube, das hat die ganzen vier letzten Jahre meines Lebens so durcheinander gebracht. Einfach, ich fühle mich schon wohl in meinem Zimmer, aber wisst ihr, wie wohl ich mich fühlen würde, wenn ich hier alleine wäre. Und auch so, wisst ihr, so allein Küche und Bad, ich würde das so ganz anders einrichten und so weiter. Ich bin kein riesiger Deko-Mensch, aber vor allem, weil ich in einer WG wohne, ist es mir auch irgendwie so mehr oder weniger egal. Aber wenn ich alleine wohnen würde, ich würde, keine Ahnung, was ich mir überlegen würde. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen mal schauen. Oh, ich will so gerne alleine wohnen. Das Ding ist, meine Mitbewohner sind halt, die stören an sich nicht. Die sind halt leise. Wir sind alle ziemlich leise. Wir gehen in unsere Zimmer. Wir sind alle so, jeder ist so ziemlich für sich. Natürlich kann man mal miteinander sprechen, aber so an sich sind wir alle sehr zurückhaltende Mitbewohner, sage ich mal so. Aber einfach zu wissen, dass jemand da ist und auch wenn jemand im Bad ist oder wenn jemand in der Küche ist, das schränkt mich so doll ein. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Ich mache mich jetzt gerade fertig. Samy und Einur sind schon auf dem Weg. Also Samy auf jeden Fall, Einur weiß ich nicht. Ich habe noch nicht gekocht. Ich mache ja die veganen Gänsekeulen und die müssen noch gemacht werden. But we'll be fine, I guess. Ich meine, wir chillen eh nur zu Hause, aber irgendwie kann man ja wenigstens süß zu Hause chillen, wisst ihr? Deswegen mache ich jetzt einfach ganz fixes Make-up. Geht's auch schon los beim Kochen. Der Silvesterblock. Genau. Ja, das kann jetzt eine Montage werden dann. Eine Montage. Ja, das kann man ja wenigstens süß zu Hause sein. Ja, das kann man ja wenigstens süß zu Hause sein. Ja, das kann man ja wenigstens süß zu Hause sein. A single mom who works to me, ja. Find somebody quickly. I got a bad idea. Mmmmm. Machen wir noch mal gut. Mmmmm. Okay. Teamwork makes the dream work, sagt man, ne? Aber die Laura hat gekocht. Danke Mama Laura. Danke Mama Laura. Danke für das tolle Essen. Maul. Es gibt was auf den Tisch kommt. Ess, 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 Ess. Die fünf, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich kann euch nicht erklären, warum, wieso, weshalb, aber das ist einfach so. So, meine Süßen, an dieser Stelle nochmal ein Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich hoffe auch, dass dieses Video am Ende monetarisiert ist, weil ich am Ende die ganze Zeit bei allen Aufnahmen Musik anhatte und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Aber ja, ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert. Ich hoffe, ihr seid bereit fürs neue Jahr. Ich hoffe, ihr konntet bestimmte Dinge, bestimmte Menschen im letzten Jahr lassen. Ich hoffe aber auch, dass ihr viele Momente und viele Menschen mit ins neue Jahr nehmen konntet. Und macht euch keinen Stress, weil es Anfang des Jahres ist und ihr jetzt irgendwie denkt, ich muss jetzt alles erreichen, es ist ein neues Jahr, jetzt ist ein neuer Abschnitt. Macht ganz entspannt, Mädels. Alles kommt, wie es kommen soll und wenn ihr irgendwas vorhabt, dann macht es, aber setzt euch nicht unter Druck. Im Endeffekt wird alles irgendwie funktionieren und ich drücke euch die Daumen, dass alles funktioniert, was ihr euch wünscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem Jahr. Ich hoffe auch, dass wir hier bleiben auf meinem Kanal. Oh mein Gott, warum... Leute, warum sind hier Cracks in meiner Hose? Seht ihr das? Da sind so Cracks im Muster. Nein, die Hose war voll teuer. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Jahr. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich bin so, irgendwie ist 2024 einfach irgendwie so eine Baddie. Auf 2024. Ich habe mit Ilona einen Podcast gefilmt, so in der Art. Irgendwie so haben wir das letzte Jahr Revue passieren lassen. Deswegen schaut in der Infobox vorbei, wenn ihr das sehen möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Nein, ich habe den Satz vergessen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.